Also ich habe gerade auf den Speicherplatz geguckt. Also dieses Video geht auf jeden Fall. Danach gucke ich da nochmal kurz vorbei. Ob es dann noch für einen Video reicht. Und dann hat sich das dann noch am Ende noch völlig ausgereicht. Gut. Dieser Baum hat jetzt richtig viele Glöcke gehabt. 21 Glöcke oder so. Das ist schon viel gewesen. So. Zwei Stöcke dafür. Nehmen wir mit. So. Wir hacken jetzt erstmal den Baum hier. Dann können wir die nächsten 64er Stapel voll haben. Dann haben wir das wieder hier so mustermäßig aufgebaut. Das ist doch gut. Und dann ist der. Gestern hatten wir 500 gesammelt. Jetzt werden wir aktuell bei. Jetzt gleich bei den nächsten 64ern. Jetzt ziehen wir erstmal das durch. Machen wir erstmal die 64er Stapel voll. Dann ziehen wir nochmal durch. Ich muss hier vorbei. So. 320. 325. 326. 500 wird glaube ich heute schwierig. Aber 326 in dieser Zeit ist auch schon gut. Jetzt haben wir nochmal so ein Videoprojekt aufgenommen. Hier 3 Videos mit 500 Holzpresserblöcke gesammelt. Jetzt haben wir hier schon weit über 800 Baumstammblöcke gesammelt. Wer weiß wie viele Blöcke wir damit allein machen können. Das wird hier nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Ich werde hier wieder zubauen. Ich werde schnell wieder weg damit. So. Und weiter geht die Action. So. Der ist auch weg. Dann geht es hier weiter. Dann machen wir hier weiter. 340 haben wir jetzt. So. 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 300. So. 350. Also 400 kriegen wir hin. 500 weiß ich jetzt noch nicht. Dann werde ich mir jetzt auch nicht die Zeit für nehmen. Ich wollte das in dieser Zeit hinbekommen. Aber gucken wir mal. 500. So. 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 Jetzt bin ich wieder woanders. Die Gegend kenne ich jetzt nun nicht. auch eigentlich wieder interessante pflanzen da können wir irgendwo in der eko liegen ansonsten wir die ganze welt mal so rundherum mal anschauen ruhige nacht haben wir hier sehr ruhige nacht das ist schön so wir sind ja aus dem vierten video hier könnten wir noch mal alles hier schaffen wir sind jetzt bei 387 jetzt 387 blöcke haben wir heute eingetragen insgesamt 887 insgesamt über das man geht dann noch mit jetzt sind wir bei 400 401 plus die anderen 500 schon das heißt 901 ja hier ist schon wieder mein haus jetzt ist es egal ob es mustermäßig ist oder nicht vielleicht haben wir doch jetzt noch die 500 ich musste nur grad gucken dass ich mein haus nicht wieder aus der übersicht verlieren kann man das erkennen anhand der höhe wenn man sieht okay da ist was hohes dann sind wir auf 1000 bäume aneinander geraten wenn ich hier so nennen mag das ist ja ein großer baumhaufen wenn man suchen will kann es alles dazu sagen glaube ich und die auf dem boden sind jetzt schon mal weg aber schaut mal hier haben wir noch was das video halten wir jetzt noch ein bisschen länger weil wir jetzt mal den baum hier weg haben wollen dann machen wir schon mal wieder die musterung hier weiter dann haben wir wieder ein schönes muster so hier haben wir noch die sonne ist wieder aufgenommen so ich mache jetzt schon mal den cut so